In der Nähe liegt eine Stadt, lass uns dorthin gehen und dann seht ihr, wie wir leben. Ja. Also es gibt drei Orte, ein imperialer Außenposten, Pyranon und Elios. Und ja, auch hier können wir wahrscheinlich wieder. Also zieh's Labor, hier können wir nichts machen, weil das eine Ruine ist. Ich weiß, das Ort ist. Problem, wir haben lebendige Einheiten. Oh ja, wir können gleich schon mal... Das hier ist übrigens der Königin ihr Ding. Diese Stadt ist verbündet. Die andere Stadt war die, die Hilfe braucht. Okay, bomben wir erst mal dieses Elementar in Grund und Boden. Oh, und der imperiale Außenposten bietet auch so Raumhilfe. Ich war überrascht, dass uns die Kreaturen des Weils angegriffen. Ich dachte, die Elfen leben in Harmonie mit der Natur. Wir sind eins mit dem Wind, den Sternen, dem Gras und den Bäumen, aber wir sind eins mit dem Wind, den Sternen, dem Gras und den Bäumen, aber mit den wilden Tieren verbindet uns nur ein zerbrechlicher Waffenstillstand. Wenn sie uns nicht angreifen, dann töten wir sie nicht. Ja, das waren aber Bäume. So, jetzt aber mal magische Kräfte erhöhen. Jetzt sind wir auch mal Adept. Können wir noch zwei Stufen hier reinpacken. Wir haben vielleicht genug Erfahrungspunkte, um noch einen Zauber zu lernen hier. Also ja, einen Feuerball, den hätte ich eigentlich tatsächlich gerne. So. So. Dann haben wir nämlich noch einen zweiten Schadenszauber. Es ist wichtig, nicht einen Zauber zu machen. Es ist wichtig, nicht einen Zauber zu machen. Augen recht! Genau um sowas zu machen, nämlich. So, Gold. So, hier ist der Hof der Königin. Okay, Waldgeister. Das sind wohl die Arbeiter der Elfen hier. Let's move! As you please! Wahrscheinlich. Wann ist er nicht? Wann ist er nicht? Wann ist er, der die Königin der Königin der Königin? Es ist ein Ehre, dich zu treffen. Ich bin die Korte-Enchantress Melina. Ich mache magische Experimente für die Königin. Mit meinem Freund, Bietlina. I'm so absorbed in my work, I have no time to retrieve my retort. I left it in my tent by the river, when I was gathering herbs. I can retrieve it for you. I'd be delighted to be of service. Ja, wir versuchen uns jetzt halt gerade bei den Elfen einzuschleimen. Und gleichzeitig Ähm Informationen zu sammeln. Und ja, wie man sieht, können wir auch bessere Krieger als normale anheuern. Also, ich hätte gerne noch einmal Krieger. Und ein... Na, ich kann ruhig eine Meisterzauberin nehmen. So. This works better than I do, although he's already dead. Yes? So. This works better than I do, although he's already dead. I know this place. Wir müssen eine Retorte finden. The Undead, that rise from their graves, fill us with disgust. Send them back to their graves, where they belong. In der Nähe liegt ein verlassener Friedhof. Wir respektieren die menschlichen Begräbnisrituale. Es macht uns nichts aus, dass ihre Toten im Boden liegen. Und eine Monsterhöhle vernichten. Okay. C's Labor hat nichts. Aber ja, der menschliche Außenposten auf der anderen Seite. Und man sieht einigermaßen, dass diese Map hier jetzt wenigstens nicht ganz so groß ist. So. Menschliche Außenposten, das ist eigentlich auch schon eine kleine Stadt. Eine Imperiale. Bärenlager vernichten. Ja. Sollten wir auch hinkriegen. Was würdest du mir machen? Let's move. I know this place. Pyrianon, das ist die Stadt. Auch ein Bärenlager vernichten. Wir erwarten unsere Instruktionen. Irgendwie braucht aber niemand unsere Hilfe dabei, diesen... ...Uga hier auszuschalten. Da hab ich meine Zauberin verloren. Also gleich die Neue. Ja, ich bin almost there. Ja? Was würdest du mir machen? Ich komme. Okay. Was habt ihr eigentlich so an Zeug hier? Nichts besonderes. Ähm... Bärenlager... Monsterhöhle. Naja, kümmern wir uns erstmal um die Sachen. Und ja, in dieser Mission werden wir halt nicht viel mit Untoten machen können. Weil wir haben nicht mal eine Nekropole. I know this place. Let's move. Let's move. As you please. It's important not to make a sound. What would you like me to do? I is right. I know this place. As you please. Let's move. So, da ist das Zelt, was wir finden müssen. Da drüben ist auch das Bärenlager dann, was wir vernichten müssen. I know this place. Eine große Monsterhöhle vernichten. Hier nichts Neues. Hier auch nichts Neues. Yes? Let's move. Ein Warrock-Lager. As you please. Die werden uns sicherlich auch gleich wieder angreifen. As you please. Und dann geben wir den erstmal einen großen Feuerball. Und das Ding. Fall in. Aim for the head. Yes. Die, low creatures. Forward. For the queen. To the attack. Eyes right. To the attack. So, ein Stufenaufstieg für unsere Archer ist gut. It's important not to make a sound. Aim for the head. Yes. It won't. As you wish. I'm coming. I'm coming. I'm coming. I'm almost there. I'm coming. I will suffer. I'm right. I know this place. I know this place. Aim for the head. What would you like me to do? I'm coming. It won't. Fall in. It's important not to make a sound. Die machen schon out, hier. Let's move. Let's move. To the attack. To call for me. As you wish. I'm almost there. As you wish. As you wish. It won't. I'm coming. As you wish. Da sehe ich es nicht gut. As you wish. I'm almost there. I'm almost there. I'm almost there. I'm almost there. I'm coming. I'm almost there. It won't. Man, kriegt ihr die Warrocks nicht tot? Yes. As you wish. I'm coming. I'm almost there. I'm coming. This is my chance. As you wish. I'm coming. I'm almost there. Is this a joke? It won't. It won't. Die, low creatures. Oof. What would you like me to do? As you wish. I'm almost there. It won't. Yes. Let's see. Was hätten wir denn sonst noch so an Zaubern? Den möchte ich auf jeden Fall lernen. Der kostet 200 Mana. Also ersetzen wir den billigen mal gegen den da. Vampirismus zu haben ist auch nicht auf jeden Fall. Wir haben unsere Instruktionen. Ich weiß dieses Ort. Ich sehe keinen Retort. Ich sehe keinen Retort. Ich sehe keinen Retort. Hier ist nichts derartiges. Es gibt Hunde- oder Wolf-Prinse all over the place. Someone's been here before me. Malina will be upset. Wir sind überall Hunde- oder Wolfsburg. Ich muss schon jemand vor mir gewesen sein. Das wird Malina nicht gefallen. Fall in. Bis zum nächsten Mal. Also ja, machen wir die Ogre-Hütte platt. Nochmal große Monsterhöhle vernichten. Hm. Monsterhöhle vernichten. Let's move, as you please. Also ja, sagen wir mal so, die Map ist nicht ganz so groß wie andere. Aber klein ist sie ja trotzdem nicht. Hier ist zum Beispiel noch ein Brigantenlager und so. Also ja, sagen wir mal so, die Map ist nicht ganz so groß wie andere. Das ist nicht ganz so groß wie andere. Untertitelung des ZDF, 2020